Junge, was hast du bei dir? Bruder, Langeweile. Schreib doch mit irgendwelchen Mädchen und so, du hast doch so viele. Ja, hab ich auch, aber alle gerade voll viel zu tun und so. Wie heißen die? Du kennst doch so viele, hast du mir erzählt? Chaniqua. Sowiraz. Sowiraz ist ein Name, ja? Spinner. Sie ist so schön, ich wünsche sie wäre der Vater meiner Kinder. Ey, sie guckt, sie guckt. Ey, sie lächelt, lächelt zurück, lächelt zurück. Wie soll ich den zurücklächeln, Mann? Ja, so wie auf Bildern oder so. Wie auf Bildern? Einfach lächeln. Wie lächelst du, Mann? Ich hab Lust, wie auf Fotos, Mann. Sprech sie an, sprech sie an. Ich trau mich nicht, Mann. Benutz diese App, mach das Flirtradar an. Ah, du hast recht, Mann. Wenn ich den schreibe, bitte. Meinst du sie ist da? Alles klar. Sie sagt, sie soll kommen. Ja, dann geh rüber. Aber was soll ich das denn sagen, Mann? Äh, frag sie, warum sie dich anguckt. Das kommt immer gut. Das ist immer gut. Sagst du? Frag einfach. Du machst das. Hi. Hi. Äh, ich hab dich grad gesehen und ich wollte fragen, warum du mich so anguckt hast. Ich weiß nicht. Weißt du echt nicht? Warum du mich anguckt hast, hab ich gefragt. Hä? Ja, was soll das denn? Ich hab keine Ahnung, wie meine Frau redet, Mann. Du musst einfach denken, das ist deine Traumfrau und dann kommt das alles von ganz alleine. Ist so. Ich hab ein Haar mit Fähigkeiten. Du hast doch nicht was lang gemacht? Ja. Was soll ich das sagen? Deine Augen funkeln. Deine Lippen. Pssst. Süß wie der Sonnenschein. Dein langes blondes Haar. Es ist so schön. Mama, Mama! Ja. Ja. Ja.